So, die Kamera läuft. So, Laurent, jetzt kannst du mal erzählen, was das hier für eine Mutrube sein soll. So, Freunde, heute wollen die 9 Homies werden, nicht wahr? Und dann muss man natürlich ein bisschen was zeigen, ne? Oh, und Becky ist schon unterwegs, ja? Mal schnell hin. Nu, Becky! Mach hin, es regnet. Ähm. Pass wegen Regen mit der Kamera auf, die war teuer, nicht wahr? Ja. Ja, ja, ja. Und dann willst du nicht bezahlen. Ja, da ist sie gleich wieder. Oh, da hat sie es geschafft. Super, Becky, wirklich super! So, jetzt geht's natürlich weiter. Ja, ja, bitte doch. Drum. Natürlich schon alle leicht alkoholisiert, ja? Oh, 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 oh. Die fällt da ja gleich runter. Das war knapp. Oh! Da ist sie drüben. So was hab ich auch noch nie gesehen, so fix, nicht wahr? Mhm. Wirklich, macht mir ja fast Konkurrenz. Ja, ja. Jetzt ist der Sven. Sven, du mal los, ne? Sven, au. Sehr alkoholisiert. Ja, oh, wackelig auf die Beinen. Ja, Sven, natürlich ein neuer steigender Kraft bei uns hier bei den Ho... Sven! Was, wo ist der denn? Wir müssen hin, wir müssen. Schnell. Sven! 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 Sven, bitte! Bitte, bitte! Oh, mein Gott, Sven! Sven, bitte! Sven, bitte! Ich will dich los schneiden. Ich muss los schneiden! Ui!